Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reakt hier auf PeteSmeetTV mit allen aus dem Team PeteSmeet. Heute schauen wir uns einen Speedrun World Record an. Es geht um Minecraft 1.1 6.1 und um den Kill vom Ender Dragon. Warum sollte man das wirklich machen wollen, ist Minecraft nicht ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass das Kreativität uns fördert. Das ist doch auch eine Form von Kreativität, das möglichst schnell zu machen. Kannst du das bitte? Finde ich auch. Es dauert jetzt 14 Minuten 36, wieso ist das Video 15 Minuten 50 lang und? Haben die einfach unsere Season genommen? Ender Dragon töten ist dann Ende. Ja, dann kommt ja der Abspann. Ich weiß nicht, ob der Abspann noch reingezählt wird oder nicht. Vielleicht erklärt er das in diesen 1 Minute. Ja, vielleicht. Das kann nur sein. Ich wollte das Video wirklich schnell prämpfen. Ich kann anders klingen und das Audio kann nicht genau zu dem Video sein. Und das ist, weil ich jetzt ein wirklich skuffes Setup benutze. Ich bin im Prozess, zu移ern, also ich entschuldige für irgendwelche schlechte Inconsistenz. Ah, klingt ja schon fishy für den World Record-Attempt. Ich muss bei World Records generell noch mal sagen, ich mag Speedruns nicht so. Also er benutzt es wahrscheinlich nicht mal. Glitches. Ganz vielen Speedruns fern er Glitches benutzt, was auch, glaube ich, in der Szene völlig okay ist. Aber ich persönlich finde die trotzdem immer Moch. Vor allem, weil sie manchmal nur in der ersten Release-Woche funktionieren und danach halt rausgepatcht werden. Genau. Also ich weiß noch, bei Dark Souls, wie sie damals sich durch dieses, ich weiß, Dark Souls 2, da wo der Typ dieser Langhals rauskommt, da haben sie sich irgendwie durch das Ding, durch den Brunnen gebackt und sind dann so gestorben, dass die auf der anderen Seite der Tür wieder rausgekommen sind. Und dadurch haben sie halt irgendwie dreiviertel des Spiels übersprungen. Da denke ich mir, das ist ja ein Nice, Alter. Also ich weiß, du kannst das Spiel und kannst auch auf Level 1 den Endboss besiegen, aber... Dann ist halt trotzdem cool, dass solche Leute das rausfinden, aber mir macht halt nicht so viel Spaß beim Zuschauen. Ja. Weil halt ein anderer Skill ist einer, den ich nicht so interessant finde. Ich bin sehr gespannt und will Skill sehen hier. Ich bin Currywae hier und heute habe ich ein neues Video. Es ist der neue 1.1 Weltrechord. Es ist eine 14 Minuten, 39 Sekunden Real-Time, 14 Minuten, 36 Sekunden in Game-Time. Startpunkt muss passieren. Ich bin total glücklich mit diesem. Das ist total glücklich. Ich bin total glücklich mit dem 1.16, nachdem ich den 1.14 Weltrechord getroffen habe. Oh, du musst direkt an einem Dorf sparen. Das hat so viele Weltrechungen, so viele Attemptungen. Ich habe mich total glücklich mit resetten. Moment, das hatten wir doch in unserem Seed, den wir gespielt haben. Ja, das war der... Immer Pete-Smeet. Einmal Pete-Smeet eintippen. Was? Der Pete-Smeet? Das, ja. Da waren zwei Dörfer. Das war relativ knapp. 50 Meter. Ich habe nicht für PB, sondern für Weltrechorde gespielt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich damit geschlossen bin. Und ich habe das durchgeführt. Wie hat er gerade die vier Brote gesammelt? Das ist eine Truhe, Peter. Was ist das für ein Trick? Was ist das für ein Trick? Was ist das mit einer Rüstung? Das finde ich auch krass. Aber es muss eine Tasten-Kombi geben, um alles aus einer Truhe quasi die gleiche mitzusnacken. Er nimmt quasi... Da, dieses Obsidian. Habt ihr das gesehen? Ja, stimmt. Ja, ja. Cheat. Ich weiß nicht, ob das... Ist das nicht mittlerweile einfach Shift-Drücken oder so? Links-Click. Shift-Drücken ist einfach den aktuell ausgewählten Stack in dein Inventory schieben. Da geht es 100% mittlerweile. Ja, wahrscheinlich. Oh, da war schon die Sekunde. Das ist ein Trick für einen Iren-Pick und einen Flint und Steele, von 4 Iron und einen Blacksmith. Also, ich kann mich alle meine Geräte machen. Ich deciden, ich habe noch ein Hoh, weil ich nicht weiß, ob ich mehr mehr Brot in den Kessel will. Ich kann ehrlich sagen, dass ich das Gebiet mehr als alles verletze. Also, ich weiß, wo der Golem ist. Ich nehme einen Tasten erst. Und ich schaue, weil ich spreche hier ziemlich schnell, aber ich habe nicht viel Zeit, um es zu sagen, was passiert. Weil die Zeit so schnell ist. Also, ich schaue mich für das. Aber ich hoffe, dass ihr alle gefühlt. Ich hoffe, dass ihr alle das Spaß macht. Ich kann wirklich um, ... 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 Der ist ein Rift, der ist nicht so groß. Das ist ein Rift. Also, auf jeden Fall. Ich kriege den Strip, bevor ich den Golem kille, so dass ich Holz habe. Und was man merkt, ist, dass ich 7 Obsidian von diesem Blacksmith-Best, das ist wirklich groß. 7 Obsidian ist nicht genug, um mich zu über und diesen Blacksmith mit den Lava zu nutzen, also muss ich noch viel finden. Aber es gibt mir 7 Obsidian, wenn ich noch einen anderen Schrauben machen möchte. Das ist wirklich großartig. Also, ich kann da mehr Fleisch bekommen. An diesem Punkt, ich weiß, dass ich das überhaupt nicht brauche. Guck mal, 7 Obsidian aus seiner Dorftruhe, weißt du, noch die Challenge, wo wir halt das Portal bauen mussten, weißt du, da hast du aber schon mal 7 for free. Hat der von dem Golem den Sattel bekommen? Vielleicht? Nee, den hat er vorhin schon gehabt. Also, ich wusste jetzt auch nicht, was er für den Mikrofon hat. Vielleicht doch das Eis, oder war das Eis auch aus der Truhe? Hätte man sich die Sachen auch einfach ins Inventar cheaten können. Ja. Ja, also, ganz ehrlich, ich hab noch nie ein Dorf gesehen, wo das so viele Gegenstände gab. Das Problem ist für die Spieler noch nicht so häufig. No. Ich weiß nicht, dass ich jetzt nur 7 habe und nicht 8 habe. Also, ich kriege das mal. Ich möchte kurz sagen, dass Minecraft Version 1.16 für die Adventure war 1.7 gesperrt. Ja, aber unsere Challenges haben auch 1.16 benutzt. Ja, unsere 2 Challenges, die wir gemacht haben. Ja, die 7 ist vor der 16, das ist richtig, Peter. Ja. 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 Ich glaube, er redet von den Koordinaten. Ah. Negative, negative. Er ist quasi bei den Achsen negativ, obwohl er da lieber positiv wäre, weil da Sachen besser sparen scheinbar oder so. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Ich komme aus dem Gesichter. Ich verkonde ihn in einem ganzَ daneben. Ich habe hier anerwommen, weil ich noch hier noch ein Braancae sehe. Und ich macheились da, wo ich also habe meine Bucke. Und ich habe also hier meine Bucke. Und ich habe es auch für meine Bucke. Aber ich habe die Bucke. Ich mache das, das möchte ich nicht für das sind. Also, ich habe hier noch einen Braupten. Okay, ich habe mir ein Braupten. Und ich sehe, einfach nochmal ein Braupten. Ich planche da das, weil ich noch etwas vom Lava auf diesem Kost. Ich habe ja nicht gewonnen, weil ich da nicht ein paar Waren, weil ich jetzt. und ich will trotzdem negativ in beide direktionen, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was ich hier ging. Ich sehe ein Tempel und habe entschieden, dass Lava hier oben aufstehen. Ich sehe keine, also ich schaue einfach mal, um in die Richtung zu kommen. Der Grund, warum ich das noch nicht in die Lava spiele, ist, ich bin ziemlich weit entfernt. Um Obsidian zu machen. Hast du nicht die Nender Blast oder sowas, die Loren, damit du quasi die Ender Perlen zu Ender Augen craften kannst? Ja, war das so? Ja, das kann gut sein. Das heißt, wir können uns gleich mal angucken, wie man möglichst schnell ein Nether-Portal macht. Ja, aus dem Boden. Also, wahrscheinlich, wenn ich zurück nach dem Nether komme, werde ich dieses Oceantravel, und das wäre wirklich schön. Also, ich nehme diesen Dolphin und der Dolphin sofort verlässt mich. Das war wirklich cool. Das stimmt, ne, jetzt ist viel schneller. Der hat das Delfine-Gipf hat mich völlig fertig gemacht. Der ist mit einem Delfin geschwommen gerade. Der wurde mich schon wieder vorgebracht, weißt du, da habe ich zum ersten Mal Delfine in Minecraft gesehen, und da habe ich wieder vorgeworfen, ich hätte keinen Bock, die Challenges zu machen, und ich sollte doch bitte aufhören, die Challenges mitzumachen. Was? Weil ich mich habe ablenken lassen, aber ich bin einfach nicht darauf klargekommen, das ist mittlerweile Delfine. Da bin ich auch nicht drauf klargekommen, das habe ich auch nicht gesehen. Also, mega gut. Ja, also generell, es gab so viel Sachen. Auch dieser Hagebuttensträuch, wo man so durchgelaufen ist, da hast du Schaden von gekriegt. Ich habe mich am Anfang so erschrocken, weil ich durch den Busch gelaufen bin und Schaden bekommen habe. Mega krass. Da hat sich so viel geändert in Minecraft. Ich habe gestern noch mal... Wen brauchst du halt den Fokus? Ich habe gestern seit das erste Mal überhaupt mal in Season 5 quasi angefangen am Anfang, die erste Folge zu gucken. Einfach aus Jux quasi zum Einschlafen. Und das war so lustig, weil Christian, du hattest vor uns mit uns da nicht Minecraft gespielt, und du kanntest nicht Enderman, du hast Creeper immer Explosions-Zombies genannt. Und wir hatten alle Megaschiss vor allem. Das war so lustig, anzusehen. Und das erinnert mich gerade daran. Aber wie er da jetzt mit dem Delfin... Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Der Delfin, der Delfin, der Delfin, der mich sofort verlassen hat. Das war wirklich cool. Das war großartig. Wahnsinn. Der Delfin der Welt ist dieser Delfin. Wie ein Pferd. Du musst ihn wahrscheinlich nicht zäben, oder? Vielleicht, dass er dann so ein ganzes Stück dann, obwohl der Delfin nicht mehr da war, ihn so schneller gemacht hat verwirrt mich. Vielleicht wäre so ein Buf. Äh, ein Buf. Ein Baf. Das war Buf. Das war Buf. Wenn ich mir überlege, weißt, wo der da gerade rumschippert und in 10 Minuten hat er das Ding schon... Ich finde das auch krass. Was kommt denn da jetzt? Das ist Buf. ...ein Lava Pool, wenn ich in den Delfin komme. Ich hoffe, dass ich hier wirklich nicht... Wenn ich einen Lava Pool gesehen habe, wenn ich hier auf der Land hier auf dem Land bin, hätte ich wahrscheinlich den Rauf. Weil ich... Ich würde den Rauf oder den Rauf haben würde ich einfach einen Sturm gefunden oder die Sturm gefunden habe. Das wäre wahrscheinlich in den beiden Pläten. Aber glücklich, dass ich Lava in diesem kleinen Rauf hier sehe. Und... Hast du den Lava gesehen? Ja, das ist wahrscheinlich da. Ah! Das ist wirklich cool. Das ist nicht die schnellste Zeit, mit... Wait, fing der nicht an zu brennen? Aber du weißt, wie viele dieser Rauf gehen... Es dauert wohl ganz kurz. Schein. Und ich habe den Blockplatz, wirklich gut gemacht. In meinem 1758 habe ich in den Sub-4 Minuten... Was passiert da gerade? Ah! So braucht man das also direkt, indem du die... Ah! Wait. Wie hat der die Lava da oben gekriegt? Hä, war das doch jetzt nicht... Er brauchte zwei... Er brauchte links und rechts die zwei Obsidian-Blöcke. Weil er sieben schon hat. Blockplatz, wirklich gut gemacht. Ah! In meinem 1758 habe ich in den Sub-4 Minuten... Das ist quasi mein Ziel. Aber das passiert da gerade so schnell! Der hat seine Sieben gar nicht benutzt! Der hat die Sieben gar nicht benutzt! Der hat die Sieben gar nicht benutzt! Mit dem Eimer hat er die Lava genommen... Und... Also er placed sowohl Lava als auch Wasser. Krass! Also das siehst du unten am Eimer in der Leiste, dass der... Also das ist... In meinem 1758 habe ich in den Sub-4 Minuten... Das ist quasi mein Ziel. WTF? Lava, 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 Wasser. Also, das war ein bisschen später, als ich mag. Aber... Ich habe einen Ironpick, ich bin ziemlich weit entfernt. Ich habe einen 7er Obsidian, was ... Honestly, das ist nicht die beste Sache! Ich habe einen Sneak! Ja, das ist ein Sneak! Ich habe einen Sneak! Ich habe einen Sneak! Ich habe einen Sneak! Ich habe einen Sneak! Das ist ein Sneak! Der Forest ist ja da auch neu, wo die ist. Der ist ja da in irgendeiner Nightbath Forest oder sowas. Wir haben das Nether-Update so exakt null mitbekommen, glaube ich. Das war so ein Riesen-Update. Das nächste Update ist ein Forest-Update, aber ich glaube, das kommt erst im Sommer. Da ist jetzt der erste Snapshot veröffentlicht worden. Oder Höhlen-Update war es, nicht Forest-Update. Höhlen-Update ist das nächste. Oh, das ist aber geil, weil Höhlen ist ja sowieso immer so eine Sache, die man gerne erforscht. Was hat er jetzt mit dem Gold vor? Hat er das schon gesagt? Wahrscheinlich einen goldenen Apfel, oder? Ich sehe einen Bastion und ich habe das Gold hier. Also, ich entscheide, ich könnte das Gold machen, ich mache mir Goldboots, es ist sicher. Ach so, Goldboots. Aber goldene Rüstung war doch immer Schmutz. Ja, aber das ist wahrscheinlich besser als nix. Ja, aber er hat doch Eisenrüstung bekommen, oder nicht? Keine Boots. Nee, okay. Warum nicht? Ja, ehrlich gesagt, at this point I was thinking, was ist das Bastion-Strat? Es ist ein sehr lange Zeit, since I left the Nether on a real run. Warum nicht ich das einfach ausgleichen kann? Das ist das, was ich dachte. Ja, aber er hatte Eisenboots, deswegen bin ich verwirrt. Er hat die Rüstung auch abgenommen, ne? Auch die Eisenrüstung hat er runtergenommen. Hey, der hat doch nur die... So, ich mache mir selbst Goldboots. Können wir das nochmal kurz gucken, bitte? Damit wir jetzt nicht hier wieder Quatsch erzählen. Ja, der hat ja nicht gerade seine Eisenbooten aufgenommen. Ja, der hat Eisen, auf jeden Fall hat er Eisenbooten gehabt. Ja, und so wie ich finde, halt in meinem Kopf ist halt immer noch, früher war Eisen besser als Gold. Du erzählst dir das nicht gerade, warum er das tut? Guck mal, unten hat er jetzt 3,5 Rüstung mit den beiden Sachen. Ja. Ich dachte, wir haben ein paar Bastion-Straten gemacht. Es ist ein sehr lange Zeit, since I left the Nether on a real run. Warum nicht ich das einfach spielen? Ja, jetzt hat er weniger Rüstung. Aber er hat die Goldene noch nicht drin. Jetzt hat er die Goldene drin. Ich glaube, das ist die Spezial-Message. Das ist wirklich was ich, was ich gedacht. Ich wollte das einfach mal spielen. So, ich mache mir selbst Goldboots. Ich bin nach was type of Bastion es ist, und es ist ein wirklich guter. Ich forget, was das heißt, ich sage es Pig-Face. Ich weiß nicht, was das technische Termin ist. Ich weiß, dass es Treasure-Bastion, Stables, da ist die netherwart, und dann ist das eine. Ich sage es Pig-Face, weil das ist das Gold-Thinge, das ist das für mich. Und ich habe das eigentlich verletzendlich gemacht. Es ist ein sehr lange Zeit, seit ich hatte Bastion, und ich eigentlich lose a Gold Block hier, um, weil ich wirklich smart bin. So, ich drop down, ich versuche, ich versuche, zu einfachen mit den Gold Blocks, weil ich nicht, ich habe keine Damage von Piglin, und ich habe keine Blocks in meinem Inventor, so, warum nicht, ich glaube. Ich bin able, zu grab all das, und jetzt ist es 6 Minuten, das ist wirklich gut, um, ich sehe ein paar Piglin über da, so ich denke, ich werde das High-Ground-Thinge, die 1 Block drops, und ich sehe 2 Piglin down da, so ich sage, du bist, du bist, du bist, du bist. Und ich sehe, du bist, du bist, und ich sehe 5, und ich sage, you know what, screw it, I'm just gonna throw all my Gold down there, which is really nice. Hä, sind die, sind die, sind die attracted to Gold? Wahrscheinlich. Also, es ist auch interessant, dass er gesagt hat, dass er schon lange keinen Bastions-Shit gemacht hat. Das heißt, du kannst offenbar so Runs auch komplett ohne die Bastion machen. Ich weiß nicht wie, aber das war für ihn jetzt, es klang so, als wäre das the proper way, aber es gibt noch quasi einen anderen Weg, wo man dann gar nichts Bastions-mäßiges machen muss. Keine Ahnung, was das jetzt mit diesem Pigmen und dem Gold auf sich hat. Ja, echt. Nullplan. Leute, die geben nicht schon wieder, oder was? Ja. Was? Was geht nicht denn? Und noch was, oder? War da nicht noch? Egal, sind wir gleich. Alles wirklich gegeben. Okay, ich habe gerade eine Theorie, wenn der die Schuhe nicht anhat, greifen die den an, und wenn er die anhat, greifen die den nicht an? Ja, weil der Gold ist. Gerade interessiert er sich nicht. Doch, warte mal. Die wollen Gold haben. Jetzt sieht die aus. Ja, auf diesem Punkt habe ich noch keine Pearls. Um, da könnten die Pearls in der, in der, uh, in der Pid, aber ich habe keine gesehen. Oh, auf diesem Punkt habe ich noch keine Pearls. Das? Nee. Das heißt aber auch, dass die Schweinemenschen, also ich weiß nicht, ob das special Schweinemenschen sind, ähm, aber die sind, solange du nix Goldenes hast, auf jeden Fall feindlich. Und du musst die gar nicht mehr erst anhauen, damit die feindlich auf dich sind, sondern du hast kein Gold. Hat auf jeden Fall so, ja. Er hat es nicht. Er hat nichts, was ihn hierher verletzt, zu kommen und mich attacken, aber er wollte einfach nicht. Um, so hier habe ich meine erste 8 Pearls, und das ist die Hoglin. Oh, lol. Warte mal. Ja, die Enderpeerl. Hm. Deswegen. Hm, musst du nicht die ganzen Endermen suchen. Ah, ein Stück. Oh, lol. Alter, die geben ja richtig shit. Oh, ja. um so here i get my first april's and then this hoglin comes out of nowhere and i'm like oh let's not die so i i kind of hide in this hole i put my boots back on so that other piglin doesn't and then i i was hoping that the reason i punched the hoglin is i was hoping that because i had gold boots on and the hoglin was attacking me that the other piglins would start attacking it but that didn't happen so i had to kind of just sit here and uh regen i decided to double my ender pearl so i know i'm about to jump in this pit and hopefully i just get the amount of ender pearls that i need so i double them over i know this hoglin can't get to me now because he's stuck um and i have 16 pearls which is really nice i wanted a little bit more uh in hindsight i actually think i could have left right now but i wanted a one more trade for safety and you know i have like a minute max i knew it wasn't gonna take that long and i get it um so i'm out i think that was probably it could it could have been three i'm gonna guess that it was four um it was probably four pearl trades um so like good luck on that but nothing like too crazy and i start pulling around and instantly find a fortress sorry um i need to not talk about random things and just talk about what's going on um so i'm looking at my cords here so the bastion was in the positive positive quadrant so i knew that the fortress was going to be in a different quadrant this fortress is in negative positive um which is great and i spawn or not spawn but i pearl on a good part of the that pearl was extremely risky but i had fire res so i know it was fine i checked let's see that i have 150 still on my fire res and i decide you know what screw it i might as well just drink another one now because i don't want to accidentally forget that i don't have fire res when i'm going for this blaze stuff so nine minutes in uh i see this blaze spawner and i'm like all right dope cool this gas is shooting at me not the greatest but i have fire res so it's not the biggest deal in the world i kind of just ignored him uh killing the blazes i actually had really good blaze rods drops again um which i guess is kind of you know it's a world record run you're gonna have to do with the steinhacke die einfach mit einem stein ax hacke was the most damage yeah genau was the most damage also du nicht dieses auswählen hacke acts if i go six four eight or something i actually barely use the spawner this one i was not cooperating with me um for anyone that's not familiar soul sand valleys have a higher chance of spawning mobs and fortresses which will become very apparent in a second um so spawners aren't even like quote unquote necessary obviously they're helpful but not like super necessary i was hearing a lot of blazes so i was wondering where they were and i could see that you know on my left there's like 50 uh two for three three for four and i believe four for five yeah so i have four and i'm trying to play it risky now i decide to leave the spawner and just go for these blazes um i decide to play it more safe and not go for the one kind of in that pit and just go for these ones out here uh i really didn't want to hit the piglin i don't um i think about going for this dude but he is so far down i'm like screw it and there's a wither skeleton that withers me to the left um and i didn't realize at the time so that was very scary i jump over here because i know they're all going to chase me and they're all going to just honestly pretty funny um so i don't have to worry about that anymore they all just kind of fell in the bottom of the pit uh i go six for seven and then six for eight and i see two more where the skeletons chasing me and i'm like you know what screw it i'm out of here i have six rods i might as well just try and get out of here and i decide to make a random portal instead of going back to my own because i'm like you know what this is pretty good pace uh we're gonna random portal it and let's just say that decision paid off there's a reason you're watching this video uh this is the cool moment of the video i knew my cords i checked my cords at the blaze corner i knew i was at a good distance to randomly teleport and i spawn in an ocean cave which was not great because i i purposely went higher up because i didn't want to spawn in an ocean cave and i still don't have to make my pearls it's 11 minutes um and at this point i actually start to realize like okay this is really a pace um so i throw the first time and i proceed to then not catch it which was honestly something that i never do i always catch the eyes i was very disappointed in myself but it actually is making the x go down slash up slash whatever you want to call um so i'm thinking that it means it's far away i'm thinking that that means you know it's screwed shoot that's it's gonna probably be pretty far um but you know my z is 1700 so i'm like you know what let's throw another eye let's see if it's close maybe it is we'll see so you'll see i take a little bit of a side angle here and decide to throw another one and i'm kind of just hoping like you know maybe it's close maybe it goes behind me and it goes to the left of me very hard it's like 45 degree angle and i'm like um did i miss throw my first eye is it actually right here uh i actually haven't gone back in the world but i don't see it in the water here i was looking for it i didn't see it so i decided to just hop on land here and throw one more to just make sure that i'm not losing my mind and the stronghold is actually right here and i throw it and the eye goes directly down and i'm i did not want this creeper doing anything to me so i decided to kill it and now i do a strat called 4 4 also spitzhacke is eisen aber jetzt würde er wahrscheinlich eher schaufeln ja aber mit der spitzhacke schlägt er ja nicht zu so you see the xyz underneath this block and underneath that is chunk you'll see that my numbers are four why we say it's good analysis sound time is being the perle doch wegen der perle the pearl the is direct in the building then a descending number because i'm digging down and then four again um what four four is 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 if you're digging in the correct quadrant of the staircase of the stronghold like the origin staircase you will fall in the middle like i just did every single time if you're in four four so i know that i'm in the start of the stronghold it's not that way i go over here it's not over here i'm like where do i go and there is the portal and i'm like oh my god perfect zero i i had 12 eyes and i was good to go and i have so many pearls so you kind of see my movement there i'm a little bit shaky because at this point i'm realizing oh my god this pace is absolutely unbelievable um so i hop up here and this is honestly the thing that separates uh my what the fuck is that for trick um my end fight is really fast and you know there's a lot of you know half of the end fight is luck but i think the other half is you know the rng manipulation that you can use the delay from watch over um i believe i actually haven't checked the splits but i believe i enter the nether or the end slower than previous world record but i do manipulate the rng by towering up and i already see a perching i'm like this is insane this is actually gonna do it i have my beds ready i have my block ready i have my time i get rid of the pearl i find my other bed and here we go the final one cycle do you guys think i get it do you think i finished the one cycle um i actually do it really early because i didn't want to screw it up what uh the damage from the makes he makes the bedden kaputt damit du nicht da wieder spawnen kannst und wenn er die kaputt macht kriegt er selber damage und dann wird jetzt hier quasi genutzt und awful as is my 1.14 world record um that is just because my nerves are out of control and i did it in seven so not the worst not the best but that is it that's the world record the new 1.16.1 world record at the time of recording this obviously it's not verified but i have no reason to believe it won't be so that's that thank you all so much for watching i really appreciate it easy durchgespielt nice okay also das sind jetzt auch viele tricks so das haben wir das zum nächsten mal wieder vergessen können wir doch versuchen das nachzumachen oder ja krass ja okay haben wir jetzt ein bisschen was gelernt viele offene fragen noch diese ganze gold mechanik die ist faszinierend auf jeden fall so wie dieser world one faszinierend war aber muss auch sagen dieses cheater dorf am anfang der war ja dann schon easy snack wir danken auf jeden fall vielmals fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein